Simsalabim, da bin ich wieder. Ein Großteil von euch wird mich sicher kennen, aber für die, die sich jetzt fragen, wer ist der dicke Typ da, von wo ist er jetzt wieder da und warum zum Teufel kommt er da aus dem Wald gelaufen, hier eine kleine Zusammenfassung. Hi, ich bin Roy, 32 Jahre alt, komme aus Ostbrandenburg und habe zu Ostern 99 eine KX60 bekommen, war direkt mit dem MX-Virus infiziert, bin ab da nur noch gefahren, 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 habe einige Landesmeistertitel geholt, ab 2008 dann Deutsche Meisterschaft und ADAC Masters, war da wegen VLTR semi-erfolgreich, aber für Punkte hat es dennoch gereicht, ging danach zur Ausbildung, weil Mutti wollte, dass ich etwas Vernünftiges lerne, nach zwei Jahren MX-Pause hatte ich eine Vision von einem neuen YouTube Motocross-Channel, echte Crossplatz-Action ohne Filter, 20 plus 2 war geboren, nach vielen Partys, Partys, Partys und noch mehr Partys ging es dann nicht mehr ums Fahren, sondern nur noch um Party, nach zwei Jahren war es nicht mehr dasselbe, Ich startete meinen eigenen YouTube-Channel, Räuber, aka RYB3R, reiste durch Ostdeutschland, bewaffnet mit einer GoPro, hatte viele Höhen und Tiefen, wohnte kurz mal im Westen und begleitete alles mit der Cam. Wir zogen zurück in den Osten und ich gründete die Marke Vibe Moto, seitdem verkaufe ich die besten MX-Handschuhe am Markt, mit RB377 sparte 10% auf alles, 2023 dann die letzte Rennsaison mit Teddy an meiner Seite, nachdem ich eingesehen habe, dass ich dafür einfach viel zu alt, fett und faul bin, wurde auch dies eingestellt. Anfangs 2025 verkaufte ich dann meine 450er und machte eine Pause von MX und YouTube, ich fing an mit Football spielen, dies war ein kurzer kleiner Ausflug, aber es war doch nicht ganz meins. Dann verliebte ich mich in eine CBR600, die verdammt schnell und verdammt geil war, habe mir sofort so ein Teil gekauft, fiel mir aber auf, oh mein Gott, das ist doch ganz schön gefährlich. Ich bin Papa geworden, sehe das Leben jetzt etwas anders, also muss die CBR wiedergeben. Enduro-Gott Timmy ließ mich mit seiner Gucke fahren und ich habe ein paar Wheels gemacht. Ich war direkt wieder Feuer und Flamme, also brauchen wir wieder eine MX-Bike. Auch wenn man das versucht, dem MX-Virus kann man einfach nicht den kommen. Dies ist der aktuelle Stand der Dinge und das ist der Grund, warum ich wieder da bin. Ich weiß, ihr habt mich nicht vermisst, aber ich bin trotzdem wieder da. Plan steht, wir haben wieder Bock auf Crossfahren und was wir uns kaufen, das müssen wir jetzt mal rasch rausfinden, weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob wir eine 2.15, eine 3.15 oder vielleicht eine 4.15 fahren sollten. Deswegen testen wir die ganze Sache jetzt mal rasch in Landenberg. Timmy, deine schicke Gurke. Kann man machen, oder? Mit dem Fake HGS. Der Bauch war immer da, oder? Ja, der war auf immer da. Zeig mal von hinten, Timmy. Zeig mal von hinten. Geil, wa? Schon, das ist schon halb premium, Alter. Das ist sehr schön, wa? Halb premium. Wie spielt das denn überhaupt? Der ist erster rum? Zwie Minuten. Zwie Minuten. So, wir werden jetzt mal gucken, wie die anderen fahren, kriegen, wie die Strecke aussieht und dann ziehen wir uns gleich um und dann werden wir mal die 4.15 von Timmy testen, die 2.15 von Dennis, die Gaskas und dann hat Dennis auch mal den 2.15-Zweiter-Tag bei. Also heute wird der große Motocross-Test. Geil. 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 So, wir werden jetzt mal dur acres speechigames, Geil. 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 Kei. Geil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020